Es ist erstens Infrastruktur, zweitens Infrastruktur und drittens Infrastruktur. Wir brauchen gute Anbindungen im öffentlichen Nahverkehr, aber auch zur Autobahn. Wir brauchen ein funktionierendes, dauerhaftes, stabiles Internet, um hier Arbeiter arbeiten zu können. Ich möchte gerne von der zukünftigen Bundesregierung wissen, wie sie den Ausgleich schaffen wollen zwischen Ballungsräumen und der ländlichen Region. Wie schaffen wir es, dass Arbeitsplätze gehalten werden, dass neue Mitarbeiter zu uns kommen können und wie schaffen wir die Verknüpfung an Autobahnen oder in dem öffentlichen Nahverkehr.